Willkommen zurück zu einem neuen Part Beldos Gate Wir schauen mal ab, wo wir heute durchkommen Sie sind öffentlich Hm, können wir sie trotzdem irgendwie öffnen Nicht mit einer 5 Ja, ciao War ein schönes Spiel, ciao Ja, okay Das war's, dann gehen wir da nicht rein Dann, ciao Nein Nicht spechern Spielladen Machen wir jetzt mal wieder Safe Safe Spann Ich werde auch von 18 überwirkigen Und wenn es 5 Versuche braucht Ist die Frage, ob wir dann da durchkommt Selbst wenn wir es dann Wahrscheinlich braucht es irgendein Blutopfer oder so Symbole von Tod Gut, das Ich hoffe, wir müssen keine abschlachten dafür Ist ein bisschen blöd Dann müssen wir uns schnell noch ein Mietling rekrutieren Und Öhm Öhm Und Sitz ich wirklich nur schlacht Wenn ich nicht habe Na komm Da muss es doch einen Weg hinein geben Wir sind doch nicht umsonst hier im letzten Part Wir müssen nicht umsonst den Weg hier durchgeschlagen Wir müssen nicht umsonst den Weg hier durchgeschlagen Wir müssen uns nicht umsonst den Weg hier durchgeschlagen Stone Seals dieses Chambere unter Keine Kiege Keine Handlung Keine Handlung Besser zu vergessen Besser zu leben Besser zu leben Aber wie ein Kleriker dabei Oh, 18 Ha, 18 Die Lipsen finden Das hat jetzt viel gebracht Jetzt haben wir erfahren, dass das dass die Tür im Tempel des Baals von Baal gemacht wurde. Okay. Wow, das hat es jetzt gelohnt. Ja, wie kommt man jetzt hier rein? Ja, wie kommt man hier rein? Ja, wie kommt man hier rein? die tür des bars die tür schloss knacken können wir nicht die tür die tür die tür die die Da muss es doch ein Weg geben. So genau und sofern. Sofern Sie das noch. Sofern Sie das noch. Sofern Sie das noch. Sagen wir bitte nicht, dass wir noch irgendwas Pff, dass wir hier irgendwie ein bestimmtes Item brauchen Es gibt nur einen Weg hineinzukommen, sie müssen das Amulett von Baal, jemanden und Tarn haben, natürlich, fantastisch. Wenn sie es nicht erfahren, erfahren sie hier, wie sie das Amulett von Baal erhalten, oder auch nicht. Achso, in dieser Anleitung an der Tür dachte ich. Ja, wie wäre es denn mit dem Versprochenen? Okay, erfahren sie hier, wie sie das Amulett, sobald sie es haben. Also, um ... Ich muss diese Page ... Gibt es irgendwer hier ... Sekunde ... Ich guck mal kurz, bin da ich wieder nach. Okay. 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 Wir haben es wahrscheinlich nicht im Inventar. Fast. Ich weiß, wie wir es kriegen. Wir machen dann noch einen kleinen Ausflug zurück. Ah, oder auch nicht. Schnellerweise finde ich es nicht möglich. Dann spazieren wir mal. Zum nächsten Ort, wo Schnellreise wieder möglich ist. Hier haben wir einen... Schnellreisestein. So. Zum Glück haben wir hier einen Schnellreisestand. Dann kommen wir da wieder hin. Auf nach Rivington. Ich glaube, da waren wir noch nicht mehr. Nämlich richtig andere ist, dass das Rötchen, wo der Zirkus war. Und daheim war anscheinend etwas übersehen. Heute also ein bisschen Backtracking. Auch mal interessant. Und ich habe schon befürchtet. Wir müssen heute gegen den nächsten Boss im Tempel kämpfen. Gut, dass es nicht der Fall ist. Dann müssen wir mal in den Tempel reden, wie es ausschaut. Ich kann mich daran erinnern, jetzt, nachdem ich es in dem Tutorial, was ich gerade auf dem Handy habe. Ich kann mich daran erinnern, in der Warenwäsche schon mal. Wir sind schon mal reingegangen, aber ich habe mich dann entschieden, da doch lieber... Ich habe gesagt, lass mal gut sein. Das ist der Zug erst der letzten Tage. Jetzt würde ich mich erst einmal laden. Kontrollpunkt. Was ist das Barenhaus? Oder das A-Fuhrshaus? Du wirst jetzt alles, was du willst, für das Essen. Und alle Dinge, die du wirst. Und alle Träume, die du Zirkus kannst. Ich brauche eine kurze Worte. we told their son that this is a holiday to spare him the truth we don't have homes to go back to Aha. Und wo soll der Tempel sein? Merkmaladenwürde. Da ist der Zirkus. Doppelwinken haben wir ziemlich vernachlässigt, weil wir schnell in die Unterstadt wollten. Hier haben wir bestimmt noch einiges noch nicht gemacht. Ich gebe es zu, ich habe einiges durchgeskippt. Generell in diesem Spiel habe ich einiges, das es gibt. Hier ist unser Ziel. Wo sind wir? Wir sind hier unten. Was markieren auf der Karte? Sehr schön nett. Warenhaus, in welche Richtung? Das muss ja irgendwo hier sein. Die Zirkus warten auch darauf, dass sie oben abschlachten. Hier müssen wir lang. Ich glaube, wir haben das Problem. Ich glaube, wir haben das Problem. Das ist nicht. Ist das nicht. Wir waren... Dazu der Blockat. Wir waren Ewigkeiten und so in der Stadt shoppen. es ist nichts passiert besteht keine gefahr nur ganz ruhig ich glaube hier müssen wir hin ich hoffe ok da waren wir scheinbar doch nicht drin ich hoffe wir können die sache jetzt noch aktivieren und wenn wir das machen so wie ich das gerade gesehen aber aktivieren wir damit eigentlich das ist aber sehr unter anderem dann aktivieren wir damit die sache lieber in der unterstadt nicht konnten dort im wahrenhaus wo es dann bewusst dann ließ dieses dieses die liebste aufklären und so weiter was hat frühzeitig schwimmen quest einfach schon an beginn nicht verfolgt haben wir können sich aktivieren was ich sagte diese ganze mörder geschichte die beginnt hier noch vor der unterstadt ich habe es halt einfach verpenn ich bin dann vorbei gerannt deswegen konnten wir schon in der unterstadt deswegen wird an einem ort angekommen wo die quest noch nicht aktiviert war das vielleicht können wir das jetzt aufholen ich hoffe ich habe das jetzt nicht verpackt dadurch dass da unterstadt schon was aktiviert habe die quest schon schon einen weiteren teil der quest ich habe ja da schon teil 5 schnackte die bevor der 1 aktiviert habe Wir lassen uns mehr Außenseitern hin und mehr Poldurians sterben. Duke, sag mir, Vater Lorcan, es ist keine Konsequenz. Wir haben hier faith, Bill. Faith in Menschen, egal woher sie sind. Wer hat mehr faith als Vater Lorcan? Wie hat das funktioniert? Ich habe gehört, dass euer Priester von Thomas mein Bell hat. Exakt. Lorcan hat einen Kiefer in unser Tempel, wegen seiner verletzten Kompassion verletzt. Seine Faith hat ihn verletzt. Bill, ich bedanke dir, bleib ruhig. Auch Söhne bekommen die Unglösung. Und Vater Lorcan wusste das. Wir wählen nicht und wählen, wer wir helfen. Wenn Vater Lorcan wählerischer gewesen wäre, dann wäre er vielleicht noch ein Leben. Das klingt jetzt wieder um unser Gottsturz auf... ...Pater Lorcan. Ich lasse euch jetzt allein. Ich lasse euch jetzt. Oh! Dumbo. Der Fliegengelefant. Schau, Investigator. Brilgore vielleicht ein Krimineller, aber er war kein Mörderer. Du hast etwas verloren. Du musst mich verloren. Hey! Enough, Yannis! Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your High Priest. The evidence speaks for itself. Brilgore killed Father Logan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yannis. Nicht für uns. Es hat sich irgendwie gehört, als hättet ihr eine ziemliche Meinungsverschiedenheit. Entschuldigung angenommen. Ihr brucht euch nicht zu entschuldigen. Das klang ohnehin ziemlich blödsinnig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand interessiert, ob ihr brucht. Was ist hier passiert? Zwei Menschen, die auf dem Tempelgrunden sterben. Unser High Priest Vater Logan und einer der neuen Refugee, Brilgore. Investigator Valyria denkt, es ist ein Mörderer. Und ist glücklich, dass Brilgore blödsinnig. Der politisch konvenienter Target. Und wenn ihr meinst, ihr mittlerer hätte keine gute Arbeit geleistet, kann ich den Mord gern für untersuchen. Genau das. Wo finde ich die Ermittler? Wondach soll ich Ausschau halten? Ich hoffe wirklich, dass ihr etwas findet. Für alle unsere Worte. Okay, ein Dramadetektiv. Jetzt gibt's ein kleines... Hier geht nichts. Detektivamt, ja. Ein Messbuch, das von den Anhängern des geborenen Gottes während das reguläre Gottesdienst genutzt wird. Es enthält sehr viele Hymnen über die Bedeutung der Selbstgeistung. Es geht Mintel. Er ist gegenseitig, wie sie das universo kommen müssen. W gin heil sein, wenn er nicht fixiert wird. Kreditpern an которого so ist, dass ihn nicht aufnehmen löst wird. Es gibt ein Bonnie- und Will 건데. Wirdraszam nicht INDIx angehen, aber ich tue. Wenn wird's erst mal어�2019 haben,起sten wir gerne nach Aissämen. Ich weiß, dass es nicht fair ist, das war die beste Arbeit, die ich noch nie hatte. Lorgan war lieber als die meisten. Und jetzt sind sie für seine Todesmacht für seine Todesmacht. Typisch. Wir haben die Brilgore zurückgebracht. Frau Rose hat Lorgan in der Infernung, vorbereitet ihn für eine gute Beobachtung. Du könntest deinen Kopf in und bezahlen deinen Respekt. Ich will hier wirklich nichts klauen. Wir könnten das besser bauen, aber... Und gehen dann mal hier runter. Schauen wir uns hier unten mal um. Können wir hier ein bisschen was mitnehmen. Ein bisschen was ausleihen. Ausleihen. Ah. Gammelig. Ups, Kump. Zwiebeln. Einen Apfel. Wollen wir die schon wieder überladen. Ja, nein. Verbrannte Juckdote. Sorry. Verbrannte Banane. Verbrannte Banane. So, hier müssen wir mal durch. Kerzen. Hier ist noch ein Buch. Eine Sammlung von Vater Logans Schriften zur Verzweiflung. Das schlimmste Leid ist vielleicht, dass das abstumpft, dass das abstumpft, aber nicht sticht. Erschöpfung sitzt tief in der Seele, doch sie wirft ihr Netz auch an der Oberfläche aus. Dämpft alle Gedanken und Gefühle. Solche Malaise. Keine Ahnung. Das Herz verfrummen lassen, wenn man sie schwellen lässt. Sie muss jedoch sorgfältig herausgeschnitten werden. Vor allem gilt, die erschöpfte Seele kann sich besser, als ihr es könntet. Seid es nicht herablassen, glaubt nicht etwas zu wissen, dringend nicht. Setzt euch selbst schlicht als Werkzeug für die Erschöpften ein. Lasst sie wissen, dass sie euch nutzen können. Wie immer sie es benötigen. Das klingt ja... Naja. Müssen wir uns mal wieder ein bisschen entladen. Die Kerzen erleuchten. Sieht aus wie eine Tür. Gibt es hier auch noch einen Geheimschalter. Gibt es auch noch eine Tür. So. Ich fühle mich, wir müssen durch die Tür durch. Und ... Fahne ... Worn plöke Passt. ein hastig niedergeritzelter leicht furchter schreien nach hast der darum bittet für die dauer eines zehn tages von immer das dienst befreit zu werden an der antragsstelle trauert wird immer pflicht gewährt so haben wir hier das sieht interessant aus war nicht viel geschlagen hier ein knopf ok machen wir es übersehen öffnet sich nicht das ist gut egal wenn die sand ohne mich mit sommer die bringt und können wir uns das team mitnehmen Ah ja, eine Vitrine. 20 müssen wir schaffen. Mit einem Flick des Brust. Es ist aber sehr gut gesichert, gerade so. Exile Blitzresistenz. Das wurde hier so gut gesichert. So, was können wir hier noch? Irgendwas habe ich übersehen, dass hier die Tür nicht auf geht. Ich glaube, wir müssen sie eigentlich aktivieren. Ich weiß nicht, dass hier die Tür nicht auf geht. Ich weiß nicht, was sie gerade schon mal geschändigt haben. Das scheint mir wichtiger zu sein. Hier liegt Flinster Sunseeker. Oder Peter von Wuppen. Okay, ich glaube es geht ja damit wir die Totenruhe spüren. Irgendwas habe ich hier. Warum funktioniert der Knopf nicht? Hufstark. Ach du Schande. Das ist jetzt ein bisschen... Das Blut. Gibt es einen Weg hinten rein oder so? Mit der Tür öffnet sich diese Wand. Und da geht es leider weiter. Ich muss irgendwas sehen. Natürlich. Das offensichtlichste. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Ah, zwei Knüpfen. Okay, nichts Simpleses hier, J.B. Goldsteam, und das ist ein Pistmarker. Und eine Reisentour, und mit, tun mich mit. Okay, ich würde uns wirklich angreifen. Das ist Selbstmord. Und... Drei. Glaublich so. Ähm... Ein Gestaltwander, oder was? Ein Prüf. Er atmet ja noch. Er schläft nur. Die Stufe 3 erreicht. Ich sag, das war ein Film, uns anzubretten. Ah, der hat einen Blumenbeschlüssel. Wir haben nicht einen Kratzer bekommen. Ich hab' den Kampf. Ich hab' den Höhlen noch mal ein bisschen weiter. Ich hab' den Kratzer. Ach, ich hab' den Kratzer. Es ist ein Nagar. Tiefläger. Der Brief wurde in den sorgfältigen, aber unbeständigen Handschrift von jemandem verfasst, das Schreiben eben erst gelernt hat. Mama sagt, ich soll öfter Danke sagen, also Danke. Danke, dass ihr diese gemeinde Frau beschimpft habt, die mich so gemein angeschrien hat. Jetzt habe ich schon dreimal Danke geschrieben. Viermal. Das freut Mama bestimmt. Eins noch, ich habe hier irgendwo mein Teddy gesehen. Ich glaube, ihr habt, ich habe bei den ganzen Geschrei unkei verloren. Die Arme. Die Arme. Skandalös. Warum, warum nutzt denn meine, meine, nutzt denn diese Kraft nix? Lego. Lego sauren von mir. Ich bin so böse, dass ich es blündere. Bitte um einen Mosen. Bitte Vater. Logan. Rektorin. Wenn ihr etwas zu essen werden könnt. Unsere Mägen. Jaulen. Nachts. Wie getretene Hunde. Kornäpfel. Wir essen selbst eine Zwiebel. Wenn ihr sonst nichts habt. Musst. Zudra. Trudra. Traurige Geschichte hier. Nachdem wir wenigstens noch. Das ist früher an. Wir müssen deren Teddy finden. Kornäpfel. Ich glaube nicht noch mehr. Jetzt schauen wir uns mal nach hinten hin. Das wollte ich nicht. Hier wird es giftig. Jetzt haben wir einen anderen Weg da rüber. Ich muss hier mal gucken, ob ich die Leichen... Ob ich... Ob ich die Leichen... Und wie einer von den natten Teddy. Trug so eines Narren. Das Appelt von Ila Sera. Die Abwartung beobachtete. An welchen Nutzen hatten ihre Augen. Sie fielte sich für eine Jägerin. Konnte ihre Wolle jedoch nicht angründen. Darunter steht ein übertriebener Unterschrift. Verfassene Nutzen. Urin. Okay. Urin die rote. Die hat hier mit zu tun. Das müssen wir Urin... Vorwerfen. 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 Verweis gegen Ohren. Brutsmolik hat keiner von denen. Der Teddy dabei. Ein Loch. Ein Redenlosmacher. Ein Redenlosmacher. So viel Blut. Muss sein, wo Vater Logan befestigt wurde. Personen festhalten. Sieben bis zehn Schaden. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber es ist eine legendäre Seite. Wie es ausschaut. So, wo müssen wir jetzt als Nekter hin? Ich gehe mal ein bisschen nach Komplettlösung. Um das möglichst schnell für euch und jetzt mehr zu lösen. Let's see. Okay. Oh. Okay. Uh. Hier sind wir noch an Norden rausgekommen. Uh. Hier ist Raphael. Äh ne, da wollen wir. Wir gehen mal... Ich glaube hier irgendwo war das. Gehen wir nicht zu Rafa hier, wenn es geht. Gehen wir nicht. Gehen wir nicht. Hier kann man noch ein Stück der Karte entdecken. Gehen wir nicht. Gehen wir nicht. Hier kommen wir wieder in die Stadt. Oh, hier ist die Stahlwache und die... Gehen wir nicht. Lumpfels... Gucken wir mal, wo genau wir ziehen müssen. Und das ist alles nur um den... Gucken wir mal. Und das einmal dazu kriegen. Gucken wir mal. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Da bei den Gotaschen. Gucken wir mal. Können wir jetzt einfach herrrrrr... Oder... ...dreinde aufgehalten? Na, wir können hier durch. Bei dem nicht…. Noch mal 3 Punkte Ok, hier sind wir Wie gut hatten wir noch nicht, weil wir in der Wache noch nicht vorbeigekommen sind Dann wurden wir gehaftet beim ersten Mal Was haben wir hier in der Taverna Was haben wir eine große Leistung Es ist der Wache noch begrüßt Ein stürziger Dwarf, eine Leiterwipp, die sie gibt, du bekommst, oder habe ich dich verurteilt? Ich verstehe, wo wir sind. Dann wird eure strenge Bibliothekaren morgen wieder da sein, mit Joe Hortessen da, das klingt allerdings verlockend, habt ihr noch andere Optionen in der Gesellschaft? Nisha, unser schöner Nymph, aber sie ist engagiert in der Nymphs grotto, auf der Topflur, Sweetin. Die Klienten sind auch ein Lieferant von ihr. Ich warte, dass ihr sie wegkriegt. Aber wir sind froh, dass wir einen Däffel in der Wohnung haben, im Moment. Ein freundlicher Gast, aber er fragte, dass ich irgendwelche Potenzialen seinen Weg sende. Jeder, der eine Besuchung hat, sieht ziemlich verändert von der Erfahrung. Sie hat es geschafft, und ich habe es befürchtet. Ach, scheiße. Ich habe es befürchtet. schnell raus hier oh ja Vielleicht können wir das weg tun, weil es auf dem Weg geht. Elminster's Bibliothek. Der Bahn war schon. Oh, Katze. Hier war die Katze. Ich vergaß. Auf jeden. Die Katzen bei Los G3 sind einfach zu realistisch. Es ist zu realistisch. Deine Augen sind zwei unheilvolle Edelsteine, die noch dieselben selbstzufriedensten Ratten mit Furcht und Schrecken erfüllen. Und Pfoten können nur das zarteste Geschirr umstoßen. Ein prächtiger Schwanz kann einen Diener unversehens mit der Ahr anmut einer Kaiserin zu freibringen und Katze zu streicheln. Oh, du bist ziemlich korrekt. Ich finde sie eine meiner besten Furchtungen. Die Unwashed-Rabbel, die diese Stabilität haben viel zu lernen von deinem Deferenz. Und ich muss ihre Furchtungen alleine zu füllen. Aber sie sagen ja, ein Bedrohung ist ein Bedrohung halft. Jetzt hat es zwielichtige Nudeln zu küssten. Du hörst von hier? Sie sprechen über den neuen Topcat in der Kriminelle Unterbelly. Geh und hör auf dich selbst. Wie für sie persönlich, einer niemals wachst, und insofern wachst, sich mit Rose Oil, während der anderen kann nicht behalten. Fantastisch. Die Drow, zwei unserer wichtigsten Kortesans. Eine Nacht mit ihnen scheint ziemlich life-changing zu sein, wenn man es kann. Natürlich sind sie siblings. Aber, nachdem die von klienten, die meisten der Stadt sind wie sie. sind wie sie sind. Das ist eher ein broades Thema. Wir bekommen hier alle verschiedene. Aber es gibt einen Frequenten Visitor, der sehr Presente mich verletzt. Er dreht fabulöslich, aber stinkt aus der Hölle. Das ist etwas Infernal, zu sicher. Abhorrent. Dann du denkst wahrscheinlich die Kraftwecke. Ich bin wohl die Blümderin. Ich sollte sprechen. Du kannst so viel wie du möchtest. Ich glaube, es gibt neue Gewänder. Du hast mich all den Weg hier folgert. Was könntest du mit mir jetzt wollen? Aha. Aha. Oha. 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 Ich stelle mich dazu. Oha. Oha. Ich bin schon. Oha Oha. Oha. Okay. Oha. 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 Okay, Oha. Oha. Don't. Oha. 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 Eh 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 eh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist einer. Es geht geradewegs auf Raphael zu. Oh, verdammt. Ich möchte einen anderen Christen folgen, aber... Was ist das? Wir sind in der Nachbarzimmer. Ah, okay. Ihr wolltet draußen. Richtig. Dein Widerspruch? Natürlich. Ich bin nur zum reden hier. Was habt ihr zu bieten? Ist das noch nichts für mich? Aber zuerst in den ganz festen Linien, ihr fangt an. Meine sind die ganzen Irland, ich bin so dummd danach. Was meint ihr, die Chance in einer Autorität? Ich bin schon verflucht, was solls. Auf gehts. Ich bin ne Bahncharakter. Was ist das? Nichts gut. Ich bin nehm. Ich bin nehm. Ich fühle mich, dass du dein Körper flaschst mit Halt, durch deine Läden, folgt durch den tanzenen Klingel von ihren kaltigen Fingern. Sich entspannen und einfach nix und versuchen, mit ihrer Leidenschaft mitzuhalten. Sie lasst ein Wimper, als du küsst, lower, 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 auf ihr Körper. Danke. Danke. Sie schmeckt wie ein Dessert, vorbereitet nur für dich. Sie schlägt und schlägt. Sie sind nicht sicher, wie lange deine Zeit zusammengebracht hat, aber es war genug. Nach dem Ende, du fühlst dich, als du flaschst, in der Schmerz. Sie sind wirklich in der Schmerz. Sie sind wieder in der Schmerz. Sie sind wieder in der Schmerz. Sie sind wieder in der Schmerz. Sie sind ein Oasis von Freude und Kalt. In der Stadt Chaos, mit der Borders Gate, vorbereiteten für Krieg, fühlt sich die Krasse wie die letzte Flickr eines befürchtlichen Flammes, bevor die Schmerz fällt. Okay, das war eine sehr... Das war ein sehr YouTube-freundlicher... Ein freundliches Thema. Um es mal so auszudrücken. Ja... Sollten wir vielleicht, bevor ich runtergehe, was... Äh... Was drüberziehen. Habe ich eigentlich an, aber okay. Das ist fantastisch. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Back ausgedrückt. Ähm... Wir müssen im Lager mal wieder. Ähm... Ich habe die Klamotten ausgezogen. Ähm... Wo ist mein schönes Gewand? Ich habe doch hier so ein schönes Weißes. Genau so. Ebenen Schwur. Und so nehm dich. Jetzt ist Schluss noch ein Kampf und ich habe keine Rüste an... Ja... Schnell an Raphael´s Zimmer vorbei. Ja... Schnell an Raphael´s Zimmer vorbei. Gut. Das muss doch mal sein. Das Gewand finde ich immer noch rutsch. Das gewandt finde ich immer noch rutsch. Und jetzt ist es aber... Ja... Du hast da schon ein Haus. Gut. Du hast das gehen. Du hast das, ich habe selbst zu dir. Oh da ist es so, ich mach dich. um Carnage... Ich würde das so, ich bin mal dafür. Oh-ho-ho-ho-ho. Oh da ist es so. Ich wollte doch nur ein bisschen was werfen. Die Flügel ins Gefängnis sehen, gehen da nicht rausreden. Ich sah schon so aus, als ich kam. Einschüchtern, beschuldigt mich für Wetter und das nächste, was geht, ist eine Schandmau. Persönlich meint, dass es so besser aussieht. Das war schon so. Das war schon so. Das war schon so. Das ist ein Gesicht, das hätte ich mich vergessen, wenn ich sie gesehen habe. Willkommen zu Scheressi. Was kann Scheressi machen für dich, Scherz? Du hast einen Ratsch für Ale, denke ich. Oder vielleicht... Ah, vergessen. Meine neue Brühe könnte dich in den Augen der Scheressi. Okay. Milch. Nehmen wir uns. Nehmen wir was. Nixen Rispie. Kaffee. Oh ja. Mehr damit. Nixen Rispie. Weintarraffel. Kaffee. Kaffee. Weintarraffel. Du Boots-Kra-Preis, kann hier ein bisschen was loswerden, Flanky-Kurzschild, das wird doch was wert sein, die Ringe, ein Hölzschild, wir kaufen sie einfach komplett leer. Ja. Sehr schön. Oh, we want to give it a good... Don't know about that, chum. Hooch's Hooch packs a stronger wallop than all ten of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue, or knock you out cold. No telling till the first drop hits your gullet. Damn. This one knows what they want. First one's on the house. So, don't come balling to me if your big toes fall off or your tongue coil in a knot. If the Barkeeper gets the possibility, where does it actually go? I don't think so. Schade. Whoops. Fuze! Wo ist denn der Fuze... Der Eikowar reicht hier eigentlich nicht mehr. Der Eikowar reicht hier 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 nicht mehr.